willkommen zum weiteren pad von pokémon studio 2 ähm wir werden jetzt erstmal den superwahl machen dieser supermann ja wir nehmen dieses team was wir letzte ähm letzten pad geholt haben und da ist es auch schon das sollte erstmal reichen oh darf ich mir mal deine pokémon ansehen kamen für dich würde ich sterben kamen das kennt doch schon jeder oder so er hat viele normal pokémon deswegen ist kickle am besten meiner meinung nach für ding ja kickle ist der beste amoroso und aber aber sehr steht eigentlich unnötig ich glaube kickle sollte erstmal alle vernichten mit seinem turm kick ja da hat genug chancen keiner wird den ficken können außer panty muss mein liebling maut soll wieder anfangen so hat die geld turm kick kriegst das meine fresse oder halt deine fresse bei agro tv ich glaube du hast so viel afro geraucht hat es ist tot wau kickle das war super herr 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 rohr kannst nicht einmal treffen du kleiner neid spaß kickle du bist cool nein nicht schlafen komm schon bitte nicht schlafen wetter Gangster wanzer kickle es tut mir so leid 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 nicht plätscher ja es bringt nichts wie der nicolaus the moslems diese attacke möchte ich nochmal sehen ich habe gar nichts gemacht ich muss erstmal turm kick machen damit ich noch immer jetzt halt pissy du kleiner wixer schlaf nicht du bist du für ein wixer alter wetter mein mann junge stakkato scheiße alter es regt mich auf das sind solche attacken die nervig sind stakkato ist so mann spieler der nervigsten hadi komm schon wetter mann hadi turm kick in sein hässliches face jawohl weg mit dir hadi wow kickli das war super kamen irgendwann gehen für dich die roten lichter aus für dich für die sterben kamen egal turm kick die zubegabe ist beendet ja ja ich habe sowieso keine zubegabe gemacht zubegabe habe ich eh nicht gemacht aber turm kick reicht eck tot tokebi ist einfach noch schwach es ist nicht mal zwei zentimeter groß wow kickli das war super kickli ist ein richtiger gangster meine armen pokémon hat hatte hat gemalt zum insekten hat armen nach kreia boah ein gangster du musst verrückt sein wirklich nicht verrückt erregend auf dich ja ja du kleiner gangster lass mal der skarabon skarabon ist aber geil glorak sollte eine gute nummer machen oder eine abglaub ich sogar als apra Glorak Tito äh ne und Amoroso glaube ich auf in Runde 2 und der Kampf beginnt hat er Abra ich glaube da kann alle jeden erstmal besiegen sogar Tito hat er Psyoknese Tito ist eigentlich übelst unnötig es kann nur Transformer nun zeige ich dir eine elegane Attacke Abra Kadabra hat er Eissieb und er ist schon tot war er nicht unnötig dass er das jetzt gemacht hat unnötig die Tito ist einfach umsonst gestorben finde ich jetzt gut aber dass ein pokémon so behindert ist und so ein pokémon reintut skarabon viel spaß mit der Psyoknese hatte hatte wer aber ich liebe skarabon vergiss es niemals ist ein geiles pokémon aber stirb tut mir leid leute tut mir leid du du warte kopfdass schaust eh nicht zu viel schaust nicht zu viel ja schon so viel Penale jetzt mach ich erst mal Eissieb mal schauen was du jetzt machst erfriere in deiner eigenen Scheiße he 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 auch noch weg niemals du hast eh nur noch ein pokémon du hast nur noch ein pokémon du bist ein loser der huppli ist klasse hatte ich zeig dir mal mal klassen unterschied mein Psyoknese zerfickt dein huppli mit nur einem treffer ok zwei schlafputter hatte nein ich werde dein mann du kleiner ja wohl Adam ja Psyoknese hatte da sag ich nur tschüss du wichser hau ab du kauer banga das war jetzt bis jetzt auch noch leicht superball ist ja auch noch einfach finde ich die letzten runden werden vielleicht noch etwas schwierig aber dann noch hyperball und meisterball danach gehts ab ins tsch professor erlauter wie der heißt eigentlich sollte man das am anfang machen aber tut mir leid das konnte ich nicht du willst mich auf den vorlauf den arm nehmen ich hab verloren hä basis orden Es geht zum nächsten Kampf weiter, Digga. Du musst viel über Feuer wissen, um ein berühmter Feuerspuck zu werden. Ähm, da wird wohl Amoroso einen Vorteil haben. Und, ich glaube, Blurak nicht so sehr. Abra wird einen guten Huffag haben. Und, Ghibli, sonst... Ja, ich fache, ich glaube, ich erstmal nur... Amoroso brauche ich nur. Weil... Nur wegen den zwei Pokémon jetzt. Ich glaube, der kann schon eine gute Attacke anschauen. Ja, brenne für mich. Novolol. Novolol. Aquaknarre. Spüre meine Aquaknarre, du Fotzengesicht. Die Sonne brennt aggressiv. So geht das. So geht das. Mit Persil. Aquaknarre zieht da gar nichts ab, Alter. Was denn das für ein Müll? Hatte Antikkraft. Wenigstens das soll was abziehen. Pfff. Jawohl. Adamson, ja. Bäre. Warte mal, Aquaknarre. Ich bin nur verwirrt. Feuer ist Kunst. Flammenwurf. Der andere war nicht gerade. Zieht gar nichts ab, Alter. Zieht gar nichts ab, Alter. Er scheint ihn nichts auszumachen. Ich spuck ihn an und schrei Aquaknarre. Höhöhöhöhöhöh. BIS. Bis ich zückt mich noch mehr ab als Aquaknarre. knall flammwurft zieht gar nichts ab hd hau ab bis ade verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich dornkanone ich will ne gute attacke erstmal irgendeine attacke die ich hier nie brauche aber mach mal nach armen nr korea armen und es wird immer heißer wieder in der mauer bis verpiss dich verpiss dich bis dich bis die jahre und ein zweites pokémon von den den besiegen wir auch noch genau das falsche hast du geholt kleiner wichser ah, der hat es schlau gemacht abbrrrr abbrrrr es kommt abbrrrr he 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 tschau sonnstein hebt die laune tschau 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 warte psokinese IC könnte ich auch machen keine mal psokinese sollte mehr schaden jetzt hier machen tschau 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 Höh! Höh! Was war das? Was ist denn der Scheiß? Was ist los? Kickli, fick dich! Kickli, fick deine Mutter, Mann! Kickli, hadde! Zeigte meinen Turmkick in die Fresse, Alter! BÄM, Alde! Wurde sie ins Gesicht gekickt! K wieien? Mh... Ja, mach deine Haare kitschient! Hadea... Torm Kick. Nein, ich hasse deinen Kupu-Strahl. Verpiss dich einfach. Und es wird immer heißer. Jawohl. Das war ein echt guter Schlaf. Hatte man noch einen Torm Kick. Flammenwurf. Jawohl. Das war mir klar, du kleiner Wichser. Denn... Jetzt macht er, glaube ich, Sonntag. Wenn er dumm ist, macht er Sonntag. Wenn er schlauer ist, macht er... Ja, ich wusste es. Trefft nicht, du Wichser. Komm schon, einmal triffst du nicht. Man, wir sind natürlich klar. Ich falle, Obst. Klar. Ich zeig dir jetzt erst mal was. Du wirst nicht gewinnen. Nicht, du wirst im Mop garantiert nicht gewinnen, Mann. Du denkst, du gewinnst jetzt. Antik-Kraft. Weg. Oh. Mach es jetzt. Eskuchen verwirrt. Ich hasse deine Verwirrung und Attacke. Ich hasse sie. Und ich hasse dich, du kleiner Penner. Amoroso zeigt dich. Von deiner Stärke. Von deiner stärksten Seite, meine ich. Mach mal, ist nicht gut. Der Schock. Jawohl. Hatte Treff nur noch. Hatte Treff. Und dann. Weg. Jawohl. Gewonnenen. 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 Ja, Mann. Brutzel, brutzel. Hol mich, du Penner. Du Lappen. Du bist so ein Lappen. Wie der Vater von Spongebob. Oh. Was ist denn das? Mein Team ist gut trainiert. Ich werde deine Lektion erteilen. Biker. Seine Pokémon. Er ist hinaus, als ob er. Keine Ahnung hat. Von überhaupt was. Hm. Welcher Garantät mitnehmen würde, ist Missildoom und Pharaosu. Kekli würde eine gute Rolle spielen. Und Glorak. Und Glorak. Und Abra. Hatte. Der Kult der Kämpfer Rats. Bring frei für Runde 4. Kekli. 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 Halt er dich bereit. Ja? Ich zeig dir erst mal was. Turmkirchen. Deine fessliche, fett, fettige Fresse. Alter. so kann ich nicht so guten schaden doch das macht schon ich dachte ob ich seine schwäche weil das boden ist und boden seine schwäche ist ja kampf ich bin weg auf nach ihm nein kittlige neun abrakadabra hatte zeigt mir einen zeig mal deine macht die macht möge mit dir sein alle fett gefressen weg und hau ab was mein kickle zerstört wenn mein kickle zerstört zerstört auch mein herz nein spaß aber ich liebe kickle aber echt ich wusste dass du kommst du knecht ich werde dich erstmal zerficken das ist natürlich klar wie bocklische toiletten naja 60 schaden guck mal der zieht alles ab bis schon zieht schon viel ab bis die oknese hatte ich hätte echt angeberei machen müssen dann hätte wenigstens selber verletzt dann schlackt auf die immer egal der jetz gestaunen rekt auf meine ich vertraue meinem klorak auch wenn seine schwäche donner ist ich vertraue dir ein bilder kopf schaum hatte hey atom ja jetzt ist eins gegen eins mal schauen welches pokémon da geholt hat vielleicht ein platzen oder dieses misseltoom weil das level 55 war und das wird mir klar weil die heute mal erstmal ihre besten trainiert hoffentlich kann es keine explosion oder sowas feuer schlag das kann ein bisschen matschbombe vernichtend schlammert habe ich gar nichts gerechnet doch nicht viel ab wenn er trifft bist du weg das letzte pokémon wird yes aaaah warte meinen fetten schwanz in den arsch bekommt alle ist das ein opfer arthur biker arthur du bist weg nun übertreibt nicht so nur weil du gewonnen hast faustorden ich würde mal sagen tschüss bis zum nächsten part und im nächsten part erfahrt ihr ob ich es schaffe ja okay ich schaffe es natürlich sicher aber wie ich kämpfe halte und so weiter also tschüss bis zum nächsten part meine freunde tschüss bis zum nächsten part meine freunde